Und dann sind wir wieder zurück hier bei TTT. Wir haben einen super gruseligen Skin. Guck mal, die Bicke verfolgen einen richtig. Das ist so ekelhaft. Warte, 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 warte. Die guckt immer zu einem hin. Ne, zu mir aber nicht. Ich habe gerade ein Störbild da in deiner... Oh Gott, jetzt hat sie mich angeguckt. Tobi ist gerade AFK. Erik, deine vier Augen sind aber schon nice, ne? Tobi, steh mal auf gerade. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Was ist da los? Jetzt guck mich mal an, Tobi. Schau mal zu mir. Guckst du mich an? Ja. Bei mir habt ihr gerade gar keine Augen. Normalerweise gucken die Augen immer so von oben an. Das ist richtig so bescheuert. Hey, was ist mit dem Bein? Was ist mit deinem Bein? Was ist mit meinem Bein? Sein Bein dreht sich bei mir die ganze Zeit um 360 Grad. Was? Ja, wenn du so hockst. Warte mal, mach ich das auch? Eben hat das irgendwie so gestackst. Ja doch, jetzt wieder. Wenn du so links-rechts gehst. So, oder? Trotzdem geil, auch mit den Haaren, dass sie animiert sind. Das ist schon... Sieht schon sehr cool aus. Auch die Brustphysik. Wo ist der Curry? Ich guck mir die Karte an. Ich guck mir das mal zu machen. Man kann hier keine Tür aufmachen. Das ist voll scheiße. I got time for day. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Was denn? Was ist los? Ich glaube ich habe einen großen Fehler gemacht. Was denn? Kann mir jemand irgendwas hier runterwerfen, wo ich drauf springen kann? Warum? Wo bist du denn? Ey, Tobi. Hier unten im U-Bahn-Schacht. Warum existiert dieser Raune? Bist du auf die Gleise gesprungen oder was? Ja. Warum? Hallo? Pan, warum springst du auf Gleise? Pan, warum? Ja, es hat doch keinen Sinn. Bei leise, Gleise. Ich habe einen Stuhl, warte. Ich spring dir meinen Stuhl mit. Boah, das wäre super. Bleib hier drin. Aua. Gehen sie mal weg. Aua. Geh du mal vor mir weg. Ja, was ist denn mit dir los? Du bist so aggressiv, ey. Ich bin ja aggressiv. Boah, Tobi, ey. Kein Bock auf dich, Ada. Boah, Tobi, sowas kannst du doch nicht sagen. Ah, super. Wo bist du? Ah, da. Hier. Mein Stuhl. Oh, äh, warte. Mit was? Scheiß aufs Gleis. Tobi, scheiß aufs Gleis. Nein, komm. Warte mal. Weiß nicht, ob das was bringt, ey. Nein. Dreh dich richtig. Ja. Hä? Ja. Wo ist er? Ah! Okay, ihr könnt dann weiter spielen. Ich beeile mich hier. Was gab es morgen ein paar anderen? Ich bin schon hier. Warte mal, ich kann mal probieren. Warte mal, warte mal. Hier, guck mal. Boah, das wär super. Warte, geht das? Oh. Ja, danke. Ach, cool. Nice. Ich bin kein Traitor, ich bin kein Traitor. Nice. Aua. Gleise. Mülltonne. Randale. Randale. Kühe. Schweine. Biene. Stahlsachen. Stahlsachen. Yeah. Mülltonne. Schalke. Oh. Rot-Weiß Essen. Kann man nur vergessen. Wo war die Bengalis raus? Aua. Oh Gott. Rot-Weiß Essen. Rot-Weiß Essen? Ja, das ist mein Ohr. War großer Fan. Die ist auch, äh, die ist wirklich auch zu spielen gegangen. Mit Schalen, Mütze und allem drum und dran. Wir hatten auch Fahnen bei uns zu Hause hängen. So Flangen. Die waren mal richtig gut dabei eigentlich. Das war schon ein bisschen... Ja. Wann, wann, wann. Oh. Ich räum auf. Ja, Erik ist es. Was denn? Ach ja, jetzt bin ich es wieder. Erik ist übrigens auch Red Bull Leipzig Fan. Ja. Na klar. Na klar. Also RB Leipzig ist mir das Liebste. Das weiß aber jeder hier auf dem Channel. So. Ich hab die U-Bahn aufgeräumt. Ja, geil Tobi. Dann kann sie jetzt wieder losfahren, oder? Ja, klar. Juhu. Yeah. Schön hier. Der Aufnahmeraum. Was ist denn Teufel? Das ist ganz schön hier. Coole, coole Häuser, aber irgendwie funktionieren die Türen alle nicht. Das ist schön. Hey, hier oben bei mir funktioniert jede. Was? Ja, manche sind halt abgeschlossen. Hier im Badezimmer. Also hier funktioniert grad wirklich jede einzelne. Voll geil. Ist das hier? Schöne Küche. Ja, das kann man machen. Hey, Paden, das geht so aber nicht, ja? Ja. Oh, das ist ja interessant. Was ist hier überhaupt passiert? Warum ist hier alles so chaotisch? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wir werden es nie verstehen. Aber ich bin innocent und es sind noch 2 Minuten 22. Oh, ich fahre jetzt mit dem Aufzug. Coole, du musst mal anfangen jetzt langsam. Ja, ja, ich starte gleich. Alles gut, Tobi. Wo fahre ich hin? Äh. Kannst du fahren? Alter. Alter. Hast gar nicht so zu tun. Ähm. Ja, hinter dir. Ähm. Oh, was ist das denn? Okay. Hey, warum geht das nicht? Ach du? Oh. Was denn? Was ist das doch nicht? Ich hab mich hier schocken. Ja, ich wohne hier. Nein, wohnst du nicht. Ich wohne hier. Ich wohne hier. Ich hab hier Miete. Ich wohne diesen Place. Ich hab hier Miete. Ich mach deine Sprüche nach. Ich hab hier Miete. Hey, mein Keller. Wee. Äh. Ein Fahrstuhl ist der geil. Hallo? Ist das der geil ist? Fahrstuhl? Ich hab Angst. Der ist richtig geil. Oh doch, der ist richtig geil. Der ist geil, der ist geil. Der ist geil. Also der Fahrstuhl ist geil. Ah, Curry, Curry, Curry. Ey, was willst du denn jetzt hier oben? Das ist meine Bude. Entschuldige bitte. Ja, das wusste ich nicht. Gibt's hier noch irgendwas? Alles klar, ciao. Denkst du, ich mach Witze? Raus? Ja, ich geh schon. Curry, schieß doch nicht. Wieso doch auch mal die mit der Beratpfanne so hinterher rennen, was? Raus? Der ist scheiße aus. So scheiße aus. Horizon. Bitte nicht erschießen, meine Hände sind ja grad ein bisschen schwitzig gewesen. Hä? Gehts hier nicht mehr runter? Nein, du kommst nie wieder zurück. Ich hab einen Laden gefunden. Cool, endlich kann ich mich hier selbstständig machen. Tschüss. Ciao. Kasse... Kasse funktioniert auch noch. Ach, cool, habt ihr die Tür aufgerichtigt? Wie ging sie auch? Viertzig Sekunden. So langsam wird es bisschen Brennstoff nicht. Ja, das ist toll, da steht jetzt im Regulator in der ganzen... Ja, hast du die Momente, oder? In History. Du hast die Momente, Pan, oder? Nein, ich bin's nicht. Ich bin... Fein raus. Ach, dann wird er dich gleich töten. Ja klar Wo ist denn der Tobi? Ich glaub der Erik ist es, der Erik will sein Ich hab's doch gesagt, Leute, der Erik ist es Und er weiß nicht wo wir sind, deswegen verzweifelt er jetzt Hahaha, geil Ja, siehste, deswegen hat er auch grad nen Bomber reingeworfen Voll versagt Wo geht's denn hier hin? Ach, krass Ich hab dir voll das Secret gezeigt, ich zeig dir grad voll das Secret Bei mir auf dem Channel grad zu sehen Wer einfach nur die Views abgreift Das ist ja geil und hier ist noch ein Lüftungsschacht Guck dir das mal an Nein, ich will hier rein Werft doch die Bombe Mach ihr was? Nein, ich wollte mich erschießen Alter Curry, warum machst du das? Ich war überhaupt nicht Traitor, warum erschießt du mich denn? Ja, komm Hä, ich war nicht Traitor, wieso erschießt du mich? Ach, Erik Ich wollte grad nur zeigen, wo der Lüftungsschacht hingeht Nein, die Runde war aus Ich wollt, pass auf, ich wollt grad zeigen, der Curry hat das jetzt echt vermiest für den Channel Ja, jetzt ablegen Ich war der der schlechteste Traitor Ah ja, Tobi Du warst grad Traitor Ja klar Irgendwer muss ja gewesen sein Curry, warum ist denn bei mir ein Error? Hä, wie ist denn bei mir ein Error? Zipfel Das ist ein Error mit Nase Ey Boah, Erik, ey, du kannst das doch nicht sagen Boah, Erik, was? Nee, Quatsch, Curry kommt ja nicht aus Indien Äh, Scheiße So, da haben wir es nämlich Weißt du, und jetzt wieder so tun, als wäre das das Furchtbarste, was man sagen kann Was? Pan ist draußen? Ja, ja, ich bin abgeschützt, ich bin sofort wieder da Nein, Pan kommt wieder rein Ich renne, ich renne Okay, dann ist es Curry ist es dann, ne? Erik ist es wieder Ja, nein, nein, nein Ich sag's euch, ich sag's euch, Leute Okay, Curry Also, Erik, wir müssen uns darauf einigen, dass wir Curry töten Haut ab Ey, ganz ehrlich, was bist du für ein dreckiger Arschloch? Wichser Ey, bleib doch mal locker, bitte Was ist denn jetzt los, Curry? Du kannst mich nicht töten Ey, Curry ist auch schwierig eigentlich süß Ja, heut bin ich mal aggressiv, ne? Kann man ja auch mal raushängen lassen hier Ich find da etwa Scheiß hier, verdammte, ey Curry, komm aus dem Scheißaufzug raus, ich will dich jetzt endlich töten Nö Alles klar, ich töte dich jetzt, wie ich dich sehe, bist du tot, Junge Ja, bring mich doch um, Mann Ja, mach ich auch Erik? Ja? Wie so ne Pussy da weglaufen würdest Komm doch, Tobi, komm doch Komm doch, Alter Ja, weiß ich, wo du hin bist Ja, komm doch Komm raus, hier vor den Laden Komm, mach an da, komm Komm hier raus vor den Laden, wie sich das gehört Dreckiger, du Machen wir Crowbar-Duell Machen wir Crowbar-Duell Du Dreckiger, du Mach mal Crowbar-Duell, komm Kommt's in der Bumse, du Achso, dafür meint's mich Bist du auch Crowbar-Duell, oder was? Nee, trau ich mich nicht Machst du dich blöd an, Alter? Trau ich mich nicht Trau ich mich nicht Trau ich mich nicht Ja, Leute Ich trau mich nicht Wer ist denn hier Dreck da? Curry Nee Mal gucken, ich beobachte den mal Geht's dir echt nur um? Ich bin's nicht Ich bin's nicht Ich bin's nicht Ich bin's Da gab's übrigens noch mehr Frauen so von dem, also von dem Typ Skin hier Ja, dann hau raus, ihr Lachs Ja, ich frau meinen Zuschauer, wollt ihr mehr von diesen Babes haben, dann kann ich schön fette Titten aufs Thumbnail haben Alter, was? Hast du, was, was? Ey, Paul, das kannst du doch nicht sagen, ey Hast du gerade fett gesagt, Alter? Fette, titten Das kannst du doch nicht sagen Hast du gerade Tobi gesagt, ey? Ich meine, kopulente Titten Merkst du selber, Curry, ne? Oder was? Merkst du selber Was denn, Tobi? Merkst du selber, Curry Seine Törtchen? Jetzt bin ich echt, weißt du, mit dem nehm ich nicht mehr auf Was du schon, als du mir gesagt hast, Tobi, der ist echt hart so viel Weißt du, ich hab's immer gut gemeint mit dem, weißt du, weil er nie Freunde hatte, weil er immer der hässlichste in der Schule war Bin ich heut noch Erik? Ja? Warum stirbt denn hier keiner? Ja, weil du's bist Ja, komm Du bist Traitor, du wirst mich jetzt gleich töten Ja, komm, töte mich Curry, töte mich Curry Ja, ich tue mich auch rein Ja, ich tue mich auch rein Wie bekloppt Was bin ich denn da? Du bist so bekloppt Habt ihr Toilette gefunden? Ey, das wär toll Geh mal fettkacken Wer macht da unten Geräusche? Niemand Äh, was ist das denn jetzt hier? Was denn? Äh, hä? Was denn? Hä? Nix, ich hab hier irgendwie... Da ist blau Inception Wie der Traitor sich einfach nicht traut, ne? Echt, also ganz ehrlich So ein richtiger L, ne? Äh 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 Ne, der L von Hammer hämmert Oh nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Niemand schlägt doch hier die ganze Zeit Da oben! Hey! Du he Percy Wer sowas war ich gerade mit der Crowbar! So, Aha, hier주�au noch einen Lang Curry, Ich bin versteckt, der Traitor wird mich niemals finden Ich bin jetzt versteckt, ich kämp' jetzt Wenn ich wärs den Was die difference, Wo ist der Pan? Pan, was denn los? Nein! Ich camp jetzt Hier hab mein Versteck gefunden Pan, warum lachst du denn? Bist du tot, Pan? Ich bin Spectator. Ich darf reden. Hast du gelacht, weil ich gerade mal auf dem Brett runtergerutscht bin? Das war so schäbig. Das führt da in diese komische Luke rein. Und da komm ich jetzt nicht mehr hinterher. Das Trollbrett. Aber echt. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich hier runterkommen soll. Du bist im Brett, dass er Currylings macht, ey. Ja, komm, Tobi. Lass doch mal kochen zusammen, Tobi. Hä? Was? Irgendeiner von euch hat die Eier nicht in der Hose, Leute. Ihr müsst mal anfangen jetzt. Crystal Meth kochen, oder was? Oh, jetzt hab ich ein Problem. Das ist schon out, Mann. Hey, irgendjemand hat auf mich geschossen. Hey, 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 töte mich, komm, töte mich. Ich hab nicht auf dich geschossen, ich hab neben dich geschossen, weil ich hier oben nicht runterkomme. Ja, ja, komm, Erik. Also, irgendwann ist auch mal gut, ne? Ja, was machen wir da jetzt? Kannst du nicht auf den Absatz springen, oder nicht? Also, am besten wäre es, wenn der Tobi jetzt einfach den Erik töte. Den hier. Oh, dieses schöne Gesicht jetzt. Ja, aber wenn ich noch... Hab dich auch tot? Nee, das müsste... Also, wenn du drauf landest, bist du noch nicht tot, eigentlich. Doch. Wie soll ich dann... Hä? What the fuck, Alter? What the fuck? Curry, was ist los? Curry, was denn? Curry, was ist los? In welches Universum ist Tobi denn geflogen gerade, Alter? Ich weiß auch nicht. Curry, wovor steckst du dich denn? Wovor steckt sich denn der Curry? Wie geil! Wie geil war das denn? Hä, wo bist du denn? Heilige Scheiße, ey. Nein! Und ich hab grad gedacht, ich muss mir ein Jetpack kaufen. Was hast du mit Tobi gemacht? Ich weiß nicht. Weißt du, warum du da oben bist? Du bist da oben runter geflogen, weil du einfach ein schlechter Mensch bist. Was? Warum? Ich hab dir geholfen. Ich wollte dir helfen. Jaaa, aber ich musste... Ich musste es tun, meine Regie... Der macht das eigentlich in seine Seiltos und fliegt auf einmal in den Himmel ist. Du bist eine... Ein Geschöpf schwarzer Magie. Dann die Stille dabei, du hörst so diesen... Ja, der ist hier zwischen... Zwischen den Zaun halt so... Und dann ist weggeflogen. Der hat Hack aus mir gemacht, Alter. Wieso ist denn oben das Brett verschwunden auf einmal dann? Wieso ist das so runtergeklappt? Das war so scheiße. Vielleicht ist es im Pit. Nein, ey. Hm? Mit? Brett. 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 Du bist zu Recht gestorben gerade, Tobi. Du auch. Na gut, der stirbt. Ey. Hä? So, ich möchte gerne nicht Traitor sein. Wieso bin ich auf neuen Maps immer Traitor? Bist du schon wieder Traitor? Ja. Okay. Hä? Und das glaubst du mir, oder was? Aber wenn ich sage nein, dann glaubt mir keiner. Ey Tobi, Vorsicht. Ich steh hinter dir. Ihhh. Geh weg miteinander, Diggao. So. Pan Curry? Pan! Ja. Nee, ich frag nur mich, frag nur mich. Ich baue mir jetzt ein Auto und verpiss mich. Okay Tobi, hau rein, Mann. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Echt, ciao jetzt. So, ich will nicht mehr Traitor sein. Für heute. Ich bin unkonzentriert. Das ärgert mich. Oh, Leute. Es ist so eine schöne Nacht. Hallo. Hallo, Bahn. Hallo, Bahn. Hallo, Bahn. Hallo, Bahn. Wo ist denn hier der Fahrstuhl? Wie macht ihr das alle? Was war das? Tobi, Curry? Was war das denn? Ähm. Ich hab schon gesagt keiner was. Hallo? Es könnte sein, dass ich gleich auch tot bin. Derjenige, der dann hier rauskommt, der isset. Leute? Thomas? Ja? Ach, das tut mal da. Mann. Ey. Warum? Das wär der böse Wicht. Du Arsch! Ich sag, ich bin unkonzentriert heute. Wo ist der Fahrstuhl? Äh, einen runter. Hä? Warte. Das mit dem roten Knopf, das ging doch nicht. Doch, das geht. Du musst nur warten, bis der Fahrstuhl kommt. Ich hab grad gedrückt. Ja, das dauert. Warte, ich hab gedrückt. Das Problem ist nur, ich hab grad jemanden schwingen hören. Mit dem Umrang. Oh mein Gott. Curry war das. Es wär so geil gewesen, Alter. Curry ist halt so gut angefangen. Es wär so geil gewesen. Es wär so geil gewesen. Alter, du bist so schlecht. Ey, dieser scheiß Streifen von dir, Tobi, ey. Ja, geil. Die Bahn wär jetzt hier hochgefahren. Wär voll in den Laser. Mann. Curry hat mich sogar übrigens getötet. Mit dem Laser? Ja. Ich bin in Aufzug gefahren. Die Tür geht auf den Putz. Der Curry macht den letzten Tag hier mit C4, ne? Wie geil. Ja. Ja. War schön. Damit alle denken, ich bin so, weißt du. Weil ich ja immer der einzige bin. Ja, genau. Das war mein Grund. Das war der einzige Grund. Ja. Dann hörst du das Torblech. Du bist so durchgetrieben, ey. Ich hasse dich. Der Tobi ist so ein bisschen auch das Grundböse. Ich bin das Grundböse. Guck mich doch mal an. Oh, ich hab Hunger. Oh. Hey, Pa, du musst jetzt überleben. Dann darfst du erst essen, okay? Oh, ich hab auch Hunger. Tobi, ich hab's gesehen. Entschuldigung. 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 Tobi, mach mal Das Cock. Hey, du hast das nicht gesagt. Ja genau, der versteht immer das, was er versteht. Die Pan hat das auch so verstanden. Unfassbar. Unfassbar der Typ, ey. Das von mir war ja schon. Du bist doch scheiße, bist du doch. Vielleicht hält den Omi jemand auf. Ich weiß es nicht. Der Curry ist hochgefahren. Ich bin noch nie damit hochgefahren. Wer sich traut, der kann jetzt hochfahren, Leute. Oh, ihr seid so tot. Warte, warte. Ihr seid so tot. Scheiße. Innenicke, innenicke, innenicke. Innenicke, innenicke, innenicke. Innenicke, innenicke. Ah! Wer ist da oben gestorben? Curry. Okay. Und jetzt du. Erik? Bist du Traitor? Was? Hä? Was soll das, Tobi? Hä, irgendwas passiert da oben. Warum verdächtigst du mich immer sofort? Bis der jetzt noch redet und ich da auch die ganze Zeit oben was sterben höre. Ich bin doch der Einzige, der auch als Traitor immer noch weiterredet. Und die anderen halten dann die Fresse, wenn sie jemanden umgebracht haben. Ne, Tobi? Deswegen glaub ich ja, dass du's bist, lieber Erik. Vorne Ehemblick. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn, was du redest. Jetzt denken wir drüber nach, was du gesagt hast gerade. Lass doch mal den Aufzug runterfahren. Hä, den kann ich noch runterfahren? Naja, einfach rausgehen oder den aufzuhören zu blockieren da oben. Ähm. Lass du bitte? Ja, ja. Okay. Hä? 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 So... Oh Mist. Bobby, was war das? Hm, nix. Ich habe nur eine Leiche gesehen, die sich gerade bewegt hat. Hä? Jaja, komm. Wo bist du? Wo bist du? Zeige dich. Wo bist du denn? Weiß ich nicht. Wo bist du? Gesundheit. Wolltest du nicht nach oben kommen? Nee, wollte ich eigentlich nicht. Hä, du hast gesagt, ich soll dich am Fahrschuh runterschicken. Nee. Das gibt's doch nicht. Wie hab ich nicht getroffen? Alter, das darf doch nicht wahr sein. Komm mit mir! Nein, 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 nein! Hä? Hä? Warum? Ey, wie geil war das denn jetzt mit meiner Leiche? Die hängen da runter, ich hab's auch gesehen. Genau, die hängt da gerade auch runter und die hat sich die ganze Zeit bewegt. Ich dachte, der wäre einer von euch drin. Ich dachte, der wäre hochgefahren. Weißt du, ich dachte mir so, machst du mal ein bisschen Sprenzken. Setz mich vor der Tür, wackele so ein bisschen mit dem Körper rum, auf einmal höre ich nur so. Der Arsch, ey. Hast du nicht gesehen, wie ich gerade die Paaren weggeschossen habe? Ja, ich hab's gehört, aber ich hab's nicht gecheckt. Ach so. Toll. Dann hab ich nur gesehen, wie du da gerade deine Verrenkung machst. Spastische Bewegung darf man ja nicht mal sagen. Nur wenn du aus Indien kommst. Was ist denn los hier, Neue? Ey, das ist doch der Wahnsinn. Ciao. Hey, nein! Hey, Pan, Pan, riech mal in meine Akkentasche. Da ist deine Akkentasche. Die ist für dich. Bitte was? Frohn Wakpa. Was? Was? Bitte was? Was ist los? Oh. Frohn Wakpa. Guck, wir haben die ultimative Lache gekriegt. Okay. So, ist jemand oben im Fahrstuhl? Oh, cool. Irgendeiner ist hochgefahren. Ich wär vorsichtig. Curry ist hochgefahren. Ja, ich bin hochgefahren. Ich hab alles verbarrikadiert schon wieder. Alles klar. Pan ist es. Ja. Au. Äh, läuft. Ja, was denn? Ich fahr hier noch nicht. Ich bin gerade das erste Mal. Warte mal eben. Hä, wie komm ich denn von hier aus aufs Dach? Was? Was ist das denn? Ähm. Was war das? Curry? Was war das? Nein. Nein. Curry? Nix Curry. Ey Panne, stopp, stopp. Was war das? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung was für ein Jodeln war. Ich geh auf jeden Fall weg. Geh Pan. Nein Pan, 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 Pan. Geh raus. Ich hab Angst alleine. Ich hab Angst alleine. Ich werd schießen. Geh raus. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Feige, 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 Feige. Was? Was? Oh mein Gott, der spukt hier drinnen! Oh mein Gott, ich bin hier raus! Nein, das ist ja gar nicht zufrieden! Der Pahn hat noch so... Was ist das? Wie kann das denn sein? Wie ist das nur möglich, ey? Pahn hat voll Angst gehabt, bestimmt. Ja klar, Pahn, da kam der Curry nicht, das war voll kacke. Warte mal kurz, ich muss... Warte, 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 warte. Ey, ey, ich geh, ciao. Erik? Ja? Ey, du lebst ja nicht, Erik. Na? Der Tobi zieht auf mich! Oh, und Erik hat gerade zugegeben, dass er Traitor ist. Ja, Curry, weißt du doch. Die einzigen Runden, wo Curry mich nicht verdächtigt ist... Ich rufe nur den Fahrstuhl! Äh, so? Okay. Was war da? Hey, Freunde! Hey! Die Tür geht auf, wenn man sich jemanden gegen Hölzer schlägt. Hey! Könnt ihr mal bitte Fahrstuhl fahren? Ja, ich versuch's gerade. Ich hab mir den Schank gerufen. Und dann guckt einfach die ganze Zeit in Richtung Tür. Okay. Hätte 100 Pro hin gestrickt. Ah, geil. Hä, das ist ja gar nix. Ich glaub jetzt beim Runterfahren. Warum? Das ist meine Akkentasche, jetzt beim Runterfahren wahrscheinlich. Oh! Äh, Pan! Was war denn das? Tobi ist sowas von tot, Alter. Tobi ist sowas von tot. Pan hat gerade den Tobi getötet. Sie hat ihre Momente, Erik. Ja, ich weiß. Erik, pass auf, bitte. Ja. Es ist sehr gefährlich jetzt. Pan? Pan lebt noch. Pan ist Traitor, Erik. Pan ist Traitor. Sie hat gerade den Tobi im Aufzug getötet. Du hast gerade selbst gehört, wie sie gefahren sind zusammen. Okay, ich werd mich den engsten stellen. Kein Scheiß, Pan. Kein Scheiß. Was, was, was? Lebst du noch? Nee, ich lebe noch, ich lebe noch. Was ist da los? Ich weiß es nicht. Pan, bitte schick mir mal den Aufzug runter. Pan, rede doch mal. Diese Unsitte immer nicht mehr zu reden, weißt du? Warte mal. Was ist hier los? Was ist hier los? Warum gehen da die ganze Zeit... Wer macht da Türen auf? Wo denn? Wo denn? Was ist das denn für'n Geräusch? Was ist hier los? Ich weiß nicht, ob du Traitor bist oder... Also du bist nicht in meiner Nähe, glaube ich. Äh... Hallo, Curry? Ja. Ah, gut. Okay, Pan ist es. Pan ist es. Ich hab's gesehen. Pan ist oben. Sie lebt noch. Ich hab dich gesehen, Pan. Hör auf! Spricht doch mit uns, Pan. Ganz oben. Da, wo man mit dem Aufzug hochfahren kann. Sie ist da oben. Ah, klar. Pan, Mann, ist los. Sie ist da. Ich hab sie gesehen. Also ich würd' den Curry immer gar nichts glauben, ja? Ja, ich komme, Pan. Komm, Pan. Pan, warum bist du so? Warum redest du nicht mit uns? Magst du uns nicht mehr? Was ist das? Ich find das voll gemein, dass der Curry das sagt. Komm, Pan, komm. Hä, was ist das denn? Ich würde jetzt gerne mal wissen, wo der Curry ist. Fangen wir mal damit an. Fragst du dich jetzt, wie ich dich gesehen hab, ne? Ja, ich hab's bedenken. Ja, wie denn? Wie denn? Wie hab ich dich gesehen? Mit deinem dritten Auge. Ach ja, genau. Hinten auf meinem Hinterkopf. Mit dem dritten Auge. Ja, danke. Mit dem dritten Auge. Ey, ich kann nicht mal mit dem scheiß Aufzug fahren. Das regt nicht auf. Mist. Ähm. Der Tag ist gekommen. Ähm, Erik, wo bist du denn? Ich brauch deine Hitze. Ich bin jetzt im Haus. Wo bin ich denn? In dem Haus, wo die Pan gerade auf dem Dach sitzt. Achso, ja, was machen wir denn jetzt? Das ist die Frage. Hm? Komm, Pan, hm? Wo bist du, Pan, hm? Willst du spielen, Pan, hm? Pan! Kaia, Pan! Scheiße. Was denn? Was denn, Pan? Bist du traurig, Pan, hm? Hast du außerdem gekackt. Oh, das wollte ich jetzt aber nicht tun. Uh. War was los? Das ist jetzt aber ganz blöd gelaufen, ne, Pan. Pan, hm? Das ist doch blöd. Das ist alles blöd hier. Wie komm ich denn da raus? Hm, Pan, hm? Pan, wo bist denn du, hm? Weg. Warte mal, warte mal, meine Hände sind verschwitzig die ganze Zeit. Oh, ne. Oh, ich war traurig jetzt so, Pan. Ja, mich macht das wirklich sehr traurig. Ja, dann komm doch mal, ich hab, ich hab Zebra hier. Oh, scheiße, Pan hat mich erwischt. Nee, du darfst jetzt nicht sterben, Erik, mach keinen Scheiß. Aber sie ist nicht auf dem Dach, glaub ich, oder? Sie ist da rüber geflogen, nach rechts, nach rechts. Jaaah. Sie ist im Jetpack rüber geflogen, nach rechts. Ui. Erik, jetzt wird's noch mal lustig. Ui. Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Stirbst du, Pan? Komm, stirb, komm. Höhle. Wo ist sie jetzt? Pan, du hast noch alles. Oh, was für ein Glück du hast, die Penner. Haha, Entschuldigung. Fuck. Pan, komm doch her. Scheiße. Pan, komm. Komm, Pan. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Okay. Das ist natürlich ein Problem. Ja, schade, ne? Mit der Waffe wird das nix. Curry. Dreck. Haha, Dreck. Die fliegt da die ganze Zeit hin und her. Ich konnte nicht mehr in den Aufzug fahren. Was hast du mit Tobi im Aufzug gemacht? Das gleiche, was mit mir gemacht wurde. Aber Tobi war's nicht. Aber trotzdem. Tut mir neid. Das Geile war, der Boomerang hat mich getroffen. Aber ich hab nur 40 Leben gehabt. Und dann hat er mich nochmal getroffen. Boah. Boah. Hä? Wie geht das denn? Achso, aus dem Rückweg oder was? Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Der ist ja die ganze Zeit im Aufzug. Nee, nee, ich musste zweimal. Ich musste tatsächlich zweimal mit der rechten Haustaus. Weil ich so fett bin oder was? Hey. Oh. Was? Nein, du kommst doch nicht aus Indien. Was? Was? Was ist denn hier los, Leute? Was? Was ist denn hier los? Ich darf, wir spielen DTT hier, ey. So. Uh, hä? Wo bin ich denn hier? Hä? Das ist korrekt hier. Ok, ich mach jetzt was, Leute. Ich bin schon wieder kein Traitor. Dinasio. Hä? Jetzt kommt Curry gleich. Tobi! Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, Tobi. Ich hab's gesehen, Tobi. Ich hab's gern sehen mehr jetzt. Aha. Aha. Hallo. Tobi hat schon wieder keinen skinnen. Der hat keine Titten. Moment. Bitte was? Der hat keine Titten. Ich muss echt sein. Der Rest war wieder nix. Wer ist denn mit dem Aufzug schon wieder gefahren? Curry? Ich bin mit dem Aufzug gefahren, Tobi. Alles klar, Curry. Tobi. Willst du mal hochkommen, Tobi? Ich fahr jetzt hoch zum Curry. Wenn ich gleich tot bin oder nicht mehr rede, dann wisst ihr Bescheid. Hey, Tobi. Ich hab da so ein Rohr, Tobi. Hast du Bock, Tobi? Bob Plottwist. Die beiden sind wirklich ein Paar. Willst du mal ein bisschen knattern, Tobi? Äh, hallo? Hallo? Thomas? Ja, bitte lass mich in Ruhe. Wo kommt das Ding hier? Hä? Äh. Ach so. Tobi. Guck, wie er jetzt extra nicht spricht, weißt du. Tobi? Es gab nicht mal einen Schuss, den man gehört hat, Tobi. Dieses Spray war übrigens so lustig. Dass Tobi schmeißt. Tobi, Tobi gerade getötet hat. Hi, Anna, Curry, was ist hier los? Äh. Weiß ich doch nicht. Darf ich durch? Darf ich durch? Ja klar. Dankeschön. Sehr gerne, immer wieder gern. Boah, das ist eine richtige Schwingtür. Wie kommt man denn mit dir raus? Ja, aber geh nicht ins Klo. Geh nicht ins Klo da hinten. Ja, die Schwingtüren sind echt nicht so gut. Okay. Also eigentlich dürfte sich Tobi dann jetzt erschießen, weil er nicht mehr spricht, ne? Und er stellt sich dann tot. Sag ich mal, das merkt ja eh keiner. Ja. Stimmt ihn wieder zu, dann geh ich wieder hoch und entschieß ihn dann. Der ist nämlich da oben. Ja, aber raus den Lachs. Echt? Okay. Dann mach ich das jetzt. Okay. Ich hab die Zustimmung. Pan, kannst du mir auch zustimmen, bitte? Ja, da, da. Das Spielprinzip sagt, wenn jemand tot. Pan, kannst du eben kurz, äh, ja, ich darf sagen. Ja, du darfst. Sag mal, sag mal. Ist so furchtbar aus. Wie kommen wir da hoch? Hey. Ja, was denn? Wo bist du? Wie kommen wir da hoch? Ich hab auch gefragt. Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Bitte nicht schießen. Nein. Kann man hier so... Glaube nicht, dass es geht. Auch. Nein. Es geht nicht. Nein. Tobi ist hier oben, Tobi ist hier oben, Tobi ist hier oben, Tobi spricht noch hier. Tobi, komm, 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 komm. Ich schieße jetzt, Tobi. Schieß mich doch, das ist ein Random Kill. Ey, willst du mich verarschen, du Dreckiger? Warum bist du wounded? Wounded. Warum bist du wounded? Soll ich dich abknallen, Alter? Ist das dann scheißernst? Ja, mach doch. Alter, mach den denn da. Guck, wie aggressiv der ist. Ja, warum? Weil du grad zwei Minuten nicht gesprochen hast. Ja, und? Verfolgst du mich? Darf ich nicht selbst entscheiden, wenn ich rede? Darf ich das nicht selbst entscheiden? Nee, darfst du nicht? Nein, nein, nein. Musst du ja alles bestimmen? Bist du so ein kleiner Diktator oder was? Hier bei TTT geht's darum zu sprechen, ja. Kleiner E-D. Jetzt reib ich dir gleich irgendwie Margarine ins Gesicht oder so. Hä? Geil. Was ist das schon wieder? Was ist das? Was ist das? Soll das irgendwie... Knut deinen Magen oder so? Ich war grad Traitor und ich hab's nicht gemacht. Okay, schau. Wo willst du von mir? Hau ab. Piss dich. Ja komm, mach doch auf da. Nee. Könnt ihr mal bitte den Fahrschuh jetzt kommen lassen? Ja, der Curry blockiert den. Ja, ja. Ich blockier den. Da ist er doch schon. Ist er unten? Nee. Der ist oben. Lass den doch mal nach unten kommen. Erik? Ja? Ok, Erik lebt noch. Achso. Sag mal, willst du mich verarschen? Oh, was denn? Wann war das denn leider? Ich will auch mal, ich will auch mal. Das ist doch scheiße heute, Mann. Hey, Autat. Du machst es. Verfickte Scheiße. Er ist ja verfickte Sturm. Stromausfall. Jetzt hab ich auch mal grad was anderes gemacht. Außer diesem verfickten Bumerang. Oh, Mann. Ach, das war ein Stromausfall oder was? Nee, ich hatte heute hier im Haus einen Stromausfall. Beim Rendern. Und dann irgendwie ein Rendering abgebrochen auch noch. Beim zweiten Mal. Oh, Alter. Heute ist es nicht um den Tag. Heute geht alles schief. Ja, bei mir ist es auch nicht. Lass den T-T-T-Aumflamme schwebt. Ach. Lösch alles. Ich kenn das, Erik. Ich bin auf Scheiße heute. Ein S-Street. Scheiße. Da war schon wieder eine neue Map. Ich bin auf Scheiße. Endlich hast du mal einen Ton drauf, den Curry auch versteht. Halt die Fresse, Tobi. Ach, Tobi. Oh, das ist doch nicht wahr. Jetzt hab ich extra mal was anderes gemacht. Aus dem verfickten Bumerang. Ich nehm auch den Bumerang, weil es das einzige ist, was ich noch kenne. Lien läuft an die Wand. Dann so. Boop. Ja, so schön. Trip war ja, dachte ich mir, wenn die Pan gleich durchkommt. Ja, wäre auch cool. Hatte ich auch vor. Aber dann bin ich selbst reingelaufen. Irgendwie durch den Reifen. Oh, das ist nicht so geil. Oh, Mann. Wie ärgerlich. So was mit dem Aufzug ist schon richtig nice. Wenn man da ein bisschen was machen kann. Heute klappt einfach nichts. Ja, das kennt man bei mir letztes Mal auch nichts. Bei mir klappt ja auch nichts heute. Wir sind alle scheiße. Außer Tobi. Boah, nächstes Mal spiel ich auch mal als Spectator mit. Dann hab ich die geilsten Szenen immer bei mir auf dem Channel. Ah, scheiße. Stimmt ja. Ich kann's ja gar nicht annehmen. Ich hab grad überlegt, ob ich jetzt eine fette Pizza für den bestell, damit es seit Tag heute irgendwie noch gut ist. Ja. Das war ein Traum. Ich kann noch. Ich kann noch. Achso, wir müssen eh kurz die Auflage beenden. Achso, ja, dann beenden wir mal kurz. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Alles klar. Bis übermorgen. Bis übermorgen. Und sorry, dass ich diese Aufnahme runter so scheiße bin. Tschüss Freunde. Nächste Runde ist er besser. Tschüss. Das war mein Penis. So. Bis zur nächsten Folge. Donald. Vielen Dank fürs trotzdem Zuschauen. Ciao mit V. Ciao, ciao.